Heute sind wir schon wieder unterwegs. Sechs Tage später. Und heute ist unser Plan, auf die Demo teilzunehmen. Nämlich teilzunehmen. Einfach mal schauen, was da los ist. Und da die den gleichen Kurs haben wie letztes Mal, wissen wir, dass wir am Friedhof vorbeikommen. Und so machen wir jetzt einen kleinen Abstecher und Besuch auf den Friedhof. Jetzt gehen wir noch in die Heimatküche, bisschen was essen. Genau, dann gehen wir was essen. Und dann können wir so langsam den Druck erwarten. Und da werden wir dann vorbeimarschieren. Letztes Mal hat sich ja auch die Gegenbewegung am Friedhof dann versammelt. Ja, jetzt schauen wir mal, was sich da tut. Wir müssen auch mal dabei sein. Genau. Gucken wir mal was für Gestalten und Plakate und sonstiges. Ja. Und wenn euch das interessiert. Bleibt dran. Dann bleibt dabei. Ich bin die Jens. Und ich die Gaby. Und unser Kanal heißt. So ne wirble Gaby und de ziehwerble Jens. Schau mal, Gaby hat ein neues Rucksäckchen. Hast du mir geschenkt? Ah ja. Statt Blumen. Die gibt's dann zum Valentinstag, oder? Und was steht da drauf? Zeig mal. Schau mal. Sockerquill. Stein. Nickname. Ja. Bei unserer Tipprunde, gell? Bei der es gar nicht läuft, die Saison. Bundesliga-Tipprunde. Na ja, mal so, mal so. Ah. Wird's schon. Wird's schon werden. Wir haben ja schon beide mal gewonnen. Zeig mal, wie man das Täschle nach vorne macht. Cool, he? Gut dran. Kann man was rausholen. Handschuhe. Cool, so in der Stadt ist das echt gut. Ich hab den gleichen, kannst du auch mal zeigen. Andere Farbe. Gleiche Größe. Genau. Dein Nickname. Ja, den hab ich verlangt, gell? Snae. Snae Underline 1969. Da ist die Klinik für Tumorvio. Laufen wir jetzt gerade noch vorbei. Da steht's. Hm. Also, weiter geht's. Da haben wir unsere Rucksäcke vorgestellt. Genau. Jetzt geht's hier ein wenig durch das Gelände. Ja. Nicht so spannend. Mal schauen, was es noch gibt. Geil. Ach hier, Käferle. Ja. Sind schon unterwegs. So, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Hoffentlich hört ihr uns, es ist ziemlich windig. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt wär wirklich die Osmo Action mit dem Mikro gut, gell? Ja. Wir haben jetzt eigentlich, das ist die Sony CR-X405. Das war die erste Kamera, die ich auch von der Gabi bekommen hab. Und die macht eigentlich einen guten Job. Ja, ja, ja. Vor allem, man kann halt so. Das kann man halt mit der Action. Mit der Karozen. Dafür hat so, wenn was so läuft, hat man halt keine, ähm, wie heißt, bei der Osmo Action ist halt Rocksteady, glaub ich, also halt diese Stabilisator, genau. Das hat die halt nicht. Und man kann halt kein externes Mikro dran machen. Deswegen haben wir uns die Osmo Action zugelegt, ja. Hat beide seine Vor- und Nachteile. Ja, auf jeden Fall. Jetzt besuchen wir noch meinen Papa. Ja, schauen wir bei deinem Papa vorbei. Hallo. Du musst da lang, ne? Und, ja, da können wir gleich starten. Oh ja, dann melden wir uns wieder. Gibt's einen Kerzenautomat? Grablicht? Und wieder in weiß oder in rot. Per Zufall. Ja, 1,50 Euro. Und da kann man die, die Verbrauchten abgeben. Ein rotes haben wir heute. Ein rotes gibt's. Das letzte Mal hast du ein weißes. Mit Streichhölzer. Ja, das ist super. Ja. Ja. Coole Sache, dass da Streichhölzer im Deckel mit drin sind. Ich zeig's euch mal. Wenn ich's aufkriegt. Ja, Streichhölzer dabei. Sehr cool. Gut. Kriegt der Papa? Ja. 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 So ein Lichter hat's für heute Nacht. Genau. Also. Die Einsegnungshalle. Mhm. Das sind dann auch die Gottesdienste vor der Beerdigung. Ja. Ja. Und. Ja. Ein schönes Monument, gell. Und die tolle Platanenallee, die gefällt mir auch so gut. Ja. Also im Frühling und Sommer ist das hier natürlich. Und auch noch schöner, ja. Guck dir mal die knorrigen Stämmen an. Ist geil. Ja. Ein Engel. So. Haben wir's geschafft. Jetzt sind wir in der Heimatküche. Innen. Das war eine Süppchen. Ja. Eine Johannesbeerschalle. Genau. Bester Blick. Auf den Ort des Geschehens. Guck dir. Direkt neben. Achso. Direkt neben Hauptfriedhof. Also hier in der Heimatküche. Ne. Schön hier. Witzig. Guck dir Abi. Jetzt gibt's was zu essen. Was gibt's bei dir? Nudelsuppe mit Rindfleisch. Mh. Mh. Gut. Brot. Dann jetzt. Kartoffelsuppe. Mit Wienerle. Ja. Und vor allem, die haben wir das letzte Mal auch schon gehabt, ja feine Knoblauchbutter. Knoblauchbutter. Sehr gut. Also lass es dir schmecken. Du auch. Danke. So. Gabi. Gibt's noch einen Kuchen? Mhm. Gott. Joghurttorte. Und Cappuccino. Mhm. Ich hab nur einen Kaffee. Du bist so bescheiden. Ja. Mega lecker. Ja, sieht gut aus. Mhm. Klingt so gut. Klingt so gut. Ja. 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 Und dann fangen wir mal an. Ich kann auch aufpassen, ob man geflogen kommt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Komm her! Fantastisch! Lasst uns an! Untertitelung. BR 2018 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 Schluss mit den unzähligen Corona-Maßnahmen, Schluss mit den Corona-Lege. Wir wollen unsere Freiheit zurücknehmen. Wir wollen ein normales Leben. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist am besten, jede Kräfte zu gehen, was erzählen zu wollen. Wer von euch arbeitet überhaupt? Die Kräfte zu gehen, die Kräfte zu gehen. 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 Was ist das hier? Ja. Das ist ja live für ihn, huh? Ja. So, es gibt es ja auch noch. Und dann? Sehen wir noch, wie er so zu geht? Ja. Sieht schon aus. Sperially weiteit Websitesного Element Youtube. Und dann? Ja. Ja. Demokratie, Frieden, Frieden, Frieden! Frieden, Frieden, Frieden! Frieden, Frieden! Frieden, Frieden! Frieden, Frieden, Frieden! Frieden, Frieden! Achtung! 9ω! 3. Neuheit! DAirQ! 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 Ratsch! 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 Samar Ratsch! Ausdusten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020